Hallo meine Süßen, heute wieder ein neues Video und zwar, könnt ihr es ja schon oben in der Überschrift lesen, geht es heute um Stellt mir eure Fragen. Ihr könnt unter dieses Video Kommentare schreiben und zwar eure Fragen, die ihr an mich richten wollt. Wenn ihr es nicht unten in die Kommentare schreiben wollt, könnt ihr es auch mir als persönliche Nachricht senden. Dann schreibt aber bitte als Betreff den Namen von dem Video rein, dass ich weiß, dass es für das Video ist, die Antwort oder die Frage. Ihr könnt mir auf jeden Fall alle möglichen Fragen stellen, das steht euch frei. Ich gebe euch jetzt dafür zwei Tage und dann werde ich mir alle Fragen mal angucken und werde sie dann alle beantworten. Ich werde auf jeden Fall keinen Namen nennen. Ja, das war es eigentlich schon. Meine Schwester wollte es eigentlich ein bisschen anders machen. Das wollte ich euch mal erklären, ob ihr da irgendwie vielleicht eine Lösung zu habt. Aber wir machen jetzt erstmal dieses normale Fragenvideo und dann antworte ich und dann irgendwann können wir das dann mit meiner Schwester machen. Und zwar wollte ich sie das so machen, dass ihr mir die Fragen stellt und ich die dann, also sie die dann beantwortet über mich und dann, also gehe ich aus dem Raum und dann komme ich rein und beantworte die Fragen, die ihr mir gestellt habt und dann gucken wir, ob das übereinstimmt. Und ja, ihr könnt meiner Schwestern auch die Fragen stellen und dann, wie gesagt, beantworte ich die auch. Und dann kommt meine Schwester rein und beantworte die und dann gucken wir auch, ob das stimmt. Wenn es euch irgendwie interessiert, dann können wir das Video ja irgendwann mal machen, aber vielleicht könnt ihr ja ein paar Vorschläge vielleicht noch unter das Video schreiben. Allgemein auch, wenn ihr Video-Wünsche habt, schreibt es gerne unter das Video, also unten in die Kommentare. Ja, wenn ihr ein gesondertes Video über Genie haben wollt, also wo ich dann wirklich, ja, vieles erzähle über Genie, ja, alles mögliche, was man machen kann und blablabla, ja, dann schreibt es auch unten in die Kommentare, dann mache ich das auch sehr gerne. Ja, und ja, unten steht, wie gesagt, wieder der Genie-Link, wo ihr für mich draufklicken könnt und dann unten drunter der Link zum Anmelden, wo ihr dann gleich mit mir befreundet seid. Ähm, ja, und dann war es das schon. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ähm, abonnieren ist auf jeden Fall kostenlos. Ihr seht dann einfach immer nur, wenn ich neue Videos mache, also seid da sehr aktuell dann und seht es dann immer sofort, wenn ich ein Video hochlade. Und natürlich könnt ihr dann auch bei ein paar Verlosungen, die ich jetzt dann in die nächste Zeit machen werde, natürlich auch mitmachen. Ähm, wie gesagt, die nächste Verlosung, äh, findet bei 500 Abonnenten statt. Das ist dann, ja, eine kleine Verlosung, sag ich mal, und bei 1000 Abonnenten kommt da auf jeden Fall eine große Verlosung. Mit, auch mit zwei Päckchen, ähm, die andere Verlosung ist mit einem Päckchen. Ja, und, ähm, ja, dann abonniert mich und, äh, schreibt schön Kommentare und Fragen und, ja, dann hoffe ich, dass ihr euch noch mal wiedersehen könnt. Ich hoffe, ich habe dir dann auch einen schönen Tag und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.